Sponsor-Reveal habe ich gehört. Sponsor-Reveal. Was sind eure Vermutungen? Was wird der Sponsor sein? Lidl, Sushi Striker, Raffaello, Saskia Wasser, Durex. Also, meine Damen und Herren, der Sponsor, der die ganze Zeit angepriesen wird, ist... Prepare your Pock, James. In the chat. Boys and Girls. Der erste Sponsor. Der Regi Bang offiziell in Streams zukünftig unterstützt. Party, Redika. Dankeschön für sechs Monate der Treue. Willkommen zurück. Das war die Laufungseite. Dann. Wird jetzt direkt hier oben eingefügt. Und zwar ist der Sponsor Trommelwirbel, bitte. Trommelwirbel, ja. Trommelwirbel. Oh, fuck. Falsches Bild. Ha, so. Der Sponsor, meine Damen und Herren, ist... 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 Tadatatatatatatatatatatatatattatamm Saturo movies We are complete fools Pogjam? Monka S, werdet ihr euch jetzt denken What is this? Meine Damen und Herren Saturo ist Oh nein Oh nein, nein, ich möchte nicht Ich wünsche Fiesta Freunde Willkommen zu Regis ASMR Session Nummer 2 Heute Sind wir bei der lieben Kira Bär Und stellt euch mal vor ihr Steht jetzt hinter uns und kommt durch die Tür rein Ich stehe auf Blicke euch in die Augen Und plötzlich Fangen wir beide an rum zu Gachi Kira schaut uns entsetzt an und sagt Nani Alter Pa Pa Hey stop Why I just don't get it I always catch you fuckers watching this sick shit This is sickening Wenn ich bei dir ein Jahrestag bin Ist es dann eigentlich unser Jahrestag? Ah! Gute Antwort Gesundheit Dankeschön Tja Cece, dann musst du wohl herkommen Bist du Cece? Dann geben wir eine Wunderzeit Yes! Ein Ja, Leute! Statt dich ein Schommel! Riggi Grill Slash Riggi Dankeschön für deinen Reside Willkommen zurück im 26. Monat Holy shit Lange Zeit, man Ich finde das lustig Ich finde es cool, dass ihr zusammen streamt. Ihr spielt auch beide gleichzeitig, oder? Ja, ja, wir spielen gleichzeitig. Ich bin unten und er ist oben. Äh. Okay. Kick. Das ist gar nicht mehr. Das ist zu laut. Danke für den Support, Juni Körsel. Willkommen im Bautz-Fanclub No. 1. Und viel Spaß mit den Emotes wünschen wir dir. Yo. Daumen. 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 Don't do it. Nein. Regio's Professional? Also ich würde sagen, ich bin jetzt schon ziemlich professional. Ich meine, welche andere Streamer kann folgen? Omega-Loi! Das freut mich für dich. Ja, Holzner. Dankeschön. Willkommen zurück im zehnten Monat. Und viel Spaß mit deinem neuen Setup. Sehr, sehr... DRAGORAN! DRAGORAN! Das war DRAGORAN! Yes! Bam! Bam! Ihr habt früher über mich gelacht wegen Vogelfinger-Regi, ja? Der Dragon Tamer! Der Dragon Tamer! Regi Bang! Ist am Start! Dragon Tamer Regi Bang! Fuck yeah! Dragoran! Besuckt ihr schnell einen Dragoran! Dank deiner Aufklärung. Das freut mich. Das freut mich. Das ging den Leuten damals im alten Frankreich auch so. Ja. Zur französischen Revolution, als es dann hieß. Bitte was? Der König ist nicht unantastbar? Wir haben eine eigene Meinung? Er trägt einen Einladebrief. Check ihn mal. Echt? Gestatten. Als Trainer bin ich. Ich liebe. Weißt du, was wir mal tun sollten? Melde dich! Ey, Lukey. Lukey, ganz ehrlich. Du kommst das erste Mal nach gefühlt ein, zwei Wochen in den Stream. Und dann kommst du mir mit so einer Gutschi-Anfrage. Are you fucking kidding me? Oh, yes, sir! Was wir tun sollten, ich hab keinen Bock nackt mit dir zu wrestlen. Man! Dona Dance ist speziell... TM05 Silberblick. Wow! Lol. Dankeschön. Komm, meine Mutter hier rein und hat mir einfach Gurken gegeben. Gutschi-Bass. Gibt es, was du sehen? Es wird mich auf. Es wird es. Ich weiß nicht, warum es wird es. Es wird aber nicht alles. Destiny Bond. War es Destiny Bond oder war es Finalschlag? War es Destiny Bond oder war es Finalschlag? Käse, Mäse, Schinken, Minken. Größter Apfer. Der N snühe ich jetzt. Wait, wait, wait Hätte das nicht legit Jedes Legendäre Pokémon sein können Also jedes, warum Warum zum Teufel Ist das dann ein Terrakion Und Es hätte legit jedes andere legendäre Pokémon Sein können Aber ich krieg Terrakion Oh mein Gott Das kann Find ich auf jeden Fall Eine Sauerei, wenn ich euch finde Pepe Hands Gutes Pokémon Gutes Pokémon Gutes Pokémon Pepe Hands Please 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 Do 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 Nein, das ist jetzt aber nicht wieder Anele, oder? Das ist jetzt nicht wieder Anele, oder? Das ist Das ist Annele, das ist Annele, das ist Annele, das ist Annele, oder? Oh mein Gott, das Comeback is real, das Comeback is real, das Comeback is real, Annele Comeback, meine Freunde, Annele ist zurück. Sagt es euren Eltern, sagt es euren Geschwistern, Annele ist zurück. Hm, was bin ich eigentlich? Du bist noch gar nicht dabei. Monka is. Oh, das ist sehr effektiv. Und das wird wehtun. Und das war ein Grid. Und das war's mit BMX Casper. Hey Leute, kennt ihr schon Saturo? Ähm, äh, Saturo ist, äh, sehr nice und, ähm. 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 Saturo kann man sehr gut nutzen. Und... Saturo kann man sich auch bisschen. Saturo und... Und natürlich nur... Und das ist vielleicht mal... Und das ist nur... Und ich bin kein Belieb ampeten. Ach, noch nie, ähm. So muss ich, sehr heißen. Ja, das ist natürlich eigentlich immer herzlichen Sinn. Ich weiß nicht, was los. Tief, ihr filer ist, wann, was los. Elfoilfrucht, grüß dich. Bang, bang, bang. Ich würde mir die von H&M holen, weil ich die am bequemsten finde. Also die bequemsten sind halt immer noch... bei Ali um die Ecke. Auf dem Trödelmarkt. Sag mal, kannst du mal aufhören, die ganze Zeit Bob Ross rauszuholen? Danke. Und es kommt wieder Bob Ross raus. Was ist die Chance? Was ist die Chance? Dass Bob Ross wieder rausgewählt wird? Was machen Sachen? Der hat jetzt viermal hintereinander eine 1,5 Chance getroffen. Viermal hintereinander eine 1,5 Chance. Der Dieb sollte mal Rollen für mich in der SW aufmachen. Man darf hier vermisst Bob Ross auch so sehr. Alter, wenn er jetzt ein sechstes Mal rankommt, dann ist hier Hexenwerk dran. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, Guys. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Also entweder hat Brüller in diesem Spiel einen Bug oder Brüller funktioniert in Gen-5 anders. Oder das ist jetzt gerade einfach nur, wer jetzt wieder Bob Ross rauskommt. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, Brüller funktioniert in dieser Edition anders. Das ist nicht das Brüller, was ich aus dem CB kenne. Weißt du was? Wir tisten jetzt rum. Ich mache jetzt so lange weiter, bis Brüller etwas anderes als Bob Ross auswählt. So, ich will der Sache mal auf den Grund holen. Wechselt man auf jemand anderen, vielleicht rakes du das dann. Moment. Vielleicht holt er denn das Pokémon, was ganz hinten steht? Rick Chebated. Okay, okay. Alter! Okay, okay. Das waren jetzt sieben Mal. Sieben Mal. Und mir kann keiner erzählen, dass das Zufall ist, beziehungsweise eine 1,5 Chance. Ich habe doch nicht sieben Mal hintereinander eine 1,5 Chance getroffen. Ja, ich sehe nichts. Wo ist das Auge? Alter, ich sehe das Auge nicht wegen diesen Bombenpfeilen. Was soll die Scheiße? Wow, was war das? Oh, eine Motte. Oh, holy shit. Holy shit. Ich bin im Bosskampf, Junge. Mon KS, Alter. Ich bin im Bosskampf. Alter. Und jetzt kommt anscheinend eine großzügige Kurve. What? Und deswegen habe ich deine Artgenossen geschlachtet, du komischer Elch. Mach's gut, guys. Gute Nacht. Und kleiner als drei an euch alle. Lässt den drei. Lässt den drei. Bussi an Kira. Geh zurück, Seria. Ein Bussi an Kira. Kannst du haben. Oh mein Gott, klippt. Macht's gut, guys. Ja, klippt das nicht. Haut rein.